Baureihe 187 Einführung. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Trainsimworld 3. Der Danny spielt das. Wir werden heute diese Güterzugloch einführen. Willkommen zum Trainingsmodul der BR 187. Wir werden Sie mit der Lokomotive BR 187 vertraut machen. Sie werden eine kurze Fahrt von Aachen Hauptbahnhof nach Aachen Rote Erde durchführen. Ja, das ist heute unsere Aufgabe. Beginnen Sie, indem Sie zur markierten BR 187 gehen. Hier stehen noch unter anderem einige Hamsterbacken rum. Und da hinten steht noch ein abgestellter ICE 3. Ja, 3 ist das. Aber wir haben heute hier unsere Baureihe 187 zu bedienen. Und hinten dran haben wir sogar ein paar Güterwaggons, wie ihr seht. Willen wir mal gleich ein Foto von machen. So. Dann wollen wir mal. Diese BR 187 ist derzeit vollständig ausgeschaltet. Wir werden einige Knöpfe drücken müssen, um die Lokomotive aufzurüsten. Da steht es einzuschalten. Zuerst müssen wir die Batterie einschalten. Zuerst muss ich mal einsteigen. Wie wäre es damit? Jetzt kann ich überhaupt nichts einschalten. So, Stufen hochsteigen. Zack. So, dann machen wir mal die Batterie einschalten. Einschalten. Als nächstes müssen wir den Führerstand aktivieren. Das kannst du besser mit der Maus machen. Das ist wirklich so. Das werden wir tun. Wo ist denn dieser... Da. Da fühlt sich das. Da rechts. Vergewissern Sie sich, dass die Spitzensignale der Lokomotive richtig einge... Aber natürlich. Da. Da. Und das. Und das. Und das. Wir müssen nun den Stromabnehmer heben. Äh, da. Gehen Sie sicher, dass der Hauptschalter geschlossen ist. Zuletzt lösen Sie die Federspeicherbremse. Ops, sorry. Das werden wir... Müssen wir wieder aufsteigen. Aufstehen. So. So. Und das war nicht. Wo sind Sie das? Okay. Äh. Wir sind jetzt bereit zur Abfahrt. Erhöhen Sie ein wenig die Leistung, damit wir unsere Fahrt beginnen können. Sobald wir 35 Kilometer pro Stunde erreicht haben, schalten Sie die Leistung ab, damit wir durch den Bahnhof rollen können und schalten Sie sie danach wieder zu. Aber natürlich. So, dann holen wir mal. So, dann kommen wir hier hin. Der Sound ist mal... Na ja, ihr hört es selber. So, da steht der abgestellte ICE 3. Da sollen wir anscheinend... Ah ne, da sollen wir drüber fahren. Okay. Weiter bis zum Geschwindigkeitswechsel. Hört sich irgendwie komisch an, die Look. Ganz, ganz komisch. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. So, da vorne ist dann der Geschwindigkeitswechsel. Oh, wir sind ein Stück zu schnell. Das ist nicht gut. 60 wird es dann gleich sein, wahrscheinlich. 60 sollen wir erreichen aber jetzt doch jetzt Anfahrt auf Aachenrote Erde beginnen bleiben wir mal bei 60 auch wenn es hier ein bisschen weg abgeht also ich bremse jetzt mit dem Kombihebel aber irgendwie sollte man hier wohl auch mit der normalen Bremse bremsen ja passt doch sie haben Aachenrote Erde erfolgreich erreicht dies ist das Ende der Fahrt und dieses Trainingsmoduls ja wunderbar, klasse haben wir das auch geschafft und haben eine Errungenschaft freigeschaltet Baureihe 187 willkommen zum Leben auf der Baureihe 187 ja das war es mit diesem kleinen Szenario wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen nach oben da wenn nicht macht wie immer gar nichts bis zum nächsten Mal euer Dennis Bieters macht's gut Ciao, ciao